. Seltenes Paar-Selfie – Mila und Astun genießen Oshka Nacht Eine Auszeit von den Kids. Mila Kunis, 34, und Astun Kutcher, 40, sind bereits seit sechs Jahren verliebt, seit drei Jahren verheiratet und trotzdem zeigen sich die zweifachen Eltern kaum in der Öffentlichkeit zusammen. Die Schauspieler wählen ihre Auftritte mit Bedacht aus. Passend zur Oshka-Verleihung machten sich und jetzt für ein gemeinsames Date richtig schick und teilten diesen raren Moment mit ihren Fans. Auf Instagram postete ein Pärchen-Selfie und verriet die Pläne für den Abend, ausgehend mit der Ehefrau. Wo die beiden Schauspieler ihr Date verbringen wollten, verriet der 40-Jährige allerdings nicht. Vielleicht besuchten sie eine der zahlreichen After-Show-Partys. Denn der Butterflü-Effekt-Star trägt auf dem Foto ein Jackett, ein weißes Hemd und eine Fliege. Auch Mila hat sich in Schale geworfen, wie ihr dramatisches Make-up samt dickem Liedstrich andeutet. Den letzten Schnappschuss mit Ehefrau Mila veröffentlichte Astun Mitte Januar auf seinem Instagram-Account. Anlass war der Womensmarch in Washington DC, dem das Bärchen unterstützt hatte. Zusammen mit tausenden Aktivisten hatten sie sich bei der Protestaktion für Gleichberechtigung und die Rechte von Frauen eingesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017